Ja hallo, hier ist wieder der Spoonio und ich habe hier ein kleines Infovideo für euch. Ich werde jetzt wieder aktiv Videos machen, beziehungsweise in den kommenden Wochen dann. Und es gibt dort so einige Infos, die ich euch gerne noch erzählen möchte. Die wichtigste Info für mich und nebensächlich auch für euch natürlich, ist, dass ich einen neuen PC bekommen werde, was hoffentlich meine Qualität auch ein bisschen wieder verbessern wird und uns das ganze Spielerlebnis noch ein bisschen versüßt. Des Weiteren sollte auch in den nächsten Wochen das neue Minecraft Hexet Projekt wieder anfangen, das ist wieder so ähnlich wie Hero. Das andere Projekt wurde jetzt abgebrochen, auch vom Leiter denke ich mal. Und ich bin dort auch vorher noch ausgestiegen, das hat mir alles nicht so ganz so gefallen. Aber ich freue mich natürlich auf das neue Projekt, das nennt sich Tova. Wer das mal googeln möchte, kann das gerne tun. Tova besteht aus Town und Wars. Ja, soviel dazu. Dann zu den Spielen, die vielleicht noch auf meinem Kanal erscheinen werden. Ich habe mir vorgenommen, auf jeden Fall noch DayZ zu Let's Playen. Dafür habe ich auch schon einen, ja sagen wir mal Partner gefunden, dem ich das Ganze auch noch ein bisschen durchziehen werde. Und vielleicht wird doch das ein oder andere Mal ein Team Fortress 2 Video auf meinem Kanal erscheinen. Wer weiß. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, einfach mal unten in die Kommentare schreiben. Ich antworte euch dort gern drauf und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bleibt dran. Reingehauen. Je bist das gerade noch mal. Ich mich hat mich mal, allesippe. Und schon Multi-Water. Ich bin рис. Woche.